Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters und ja mal wieder sehe ich nicht alles was ich sehen möchte so Was wollte ich sagen ja achso ja genau ich habe etwas mich umgeguckt und ich habe mir auch überlegt diese Advanced Gravitation Suit Mod reinzubringen doch dann ist mir aufgefallen dass die rausgenommen wurde weil jetzt seit 1.6 also seit der Mod die wir gerade spielen das ist nämlich Minecraft 1.6 seitdem gibt es hat die Quantum Chestplate was wollte ich gerade sagen seitdem hat die Quantum Chestplate die Möglichkeit ja die hat ein Jetpack drinnen um es einfach zu sagen die hat ein Jetpack drinnen und deshalb ist es eigentlich sinnvoller die Quantum Chestplate zu bauen dafür braucht man natürlich eine Nano Chestplate wenn ich mich nicht irre ja und wir brauchen nämlich ein Electric Jetpack genau und das wird dann alles schön zusammen gemacht ja aber dafür bräuchten wir Iridium und das braucht erstens mit dem Mass Fabricator viel Energie und ähm zweitens brauchen wir ja ein Mass Fabricator Energie und wir brauchen jede Menge Scrap den ich natürlich alles weggeworfen habe aber egal erstmal müssten wir dafür ein bisschen mehr Kapazitäten schaffen eine Elektronik eine Elektronik und dafür würde ich gerne äh die Windmill Sachen bauen denn ich habe hier gesehen dass die relativ günstig zu bauen sind ich habe allerdings ich weiß allerdings auch dass äh die ziemlich ähm wie soll ich sagen sie sind auf jeden Fall nicht äh gerade die zuverlässigsten äh die zuverlässigsten äh die zuverlässigsten äh die zuverlässigsten Bauteile die wir haben deshalb ähm würde ich die auch für den Quantum Teil bauen boah was sage ich gerade für den äh Recycler und für den Mass Fabricator bauen also als erstes äh einmal meinen ganzen Schrott wegwerfen in meine Schrottecke brauchen wir ach Sugar brauchen wir weg damit wir brauchen Blümchen Bonemehl hol ich mir irgendwann wenn ich das brauche Gunpowder brauche ich auch nicht Sticks kann ich immer gebrauchen Cobblestone ok so die Hacke die kommt super schön drapiert hier hin ja sieht doch schön aus ähm ja und dann werde ich mal Windmühlen Windmühlen bauen das ist einfach nur Generator und Iron Generator macht man aus jede Menge Zeug dafür brauche ich Zinnkabel brauche ich die beiden Teile Iron brauche ich Zinn brauche ich und haben wir noch Bock auf Zins Uh Bock auf Copper wir haben keinen Zinnblock mehr hier aber wir haben noch ein bisschen was was wir brauchen das brauchen wir nicht so dann gucken wir mal da unten noch nach Zinnblöcken ich hoffe ich habe noch was und Block auf Bronze Ah natürlich hab ich genug Zinnblock denn Ende haben wir auch noch was super was war eigentlich das da achso der Iridium gut ja und äh ich muss euch gestehen ich habe nicht geguckt was man mit dieser Pflanze da unten machen kann da war ich zu faul für naja passiert ich brauche Cobblestone fällt mir noch ein brauche ich auch noch Sticks brauche ich auch noch Cutter also ich brauche noch einiges im Moment Uh Cobblestone 4 Stück 64 Stück reicht hoffe ich für das erste ich würde äh mal sagen wir machen zwei von diesen Extreme Low Voltage Teilen auch wenn ich die jetzt immer falsch ausspreche mhm hmhm Sticks haben wir auch noch gut machen wir Hallo wo ist Eisen da als erstes noch so ein Hammer und ich glaube ich packe mir mal tut mir leid ich finde den Shader zwar richtig schön aber der leckt leider äh mal den Seuss Shader drauf ok vielleicht auch nicht äh scheiße ja ok wir sehen uns gleich wieder bis gleich tschüss und ähm da sind wir wieder zurück bei Minecraft Monsters ähm ja PC abgeschmiert mal wieder und jetzt würde ich gerne nochmal wissen was wir machen wollten wir wollten genau einen Generator bauen mit Iron Fierens dafür brauchen wir jede Menge Iron Plates einen Hammer habe ich schon gemacht super kann ich äh ja den Shader muss ich jetzt entweder rausnehmen oder äh drin lassen ich glaube ich nehme den Shader einfach mal raus mal gucken ob es jetzt abstürzt nein dann gut so so oh jetzt sieht es gleich hier ziemlich dunkel aus das ist irgendwie überhaupt nicht mein Stil ich hoffe jetzt stürzt es nicht wieder ab ok ich glaube ich gehe erstmal ähm boah dieser Creeper Kopf naja ich habe noch die Brightness auf Moody stehen das könnte ich vielleicht mal umändern ja sieht aber immer noch nicht viel besser aus ja dann muss ich den Shader wohl wieder rein nehmen denn äh bitte lass es gut gehen so jetzt kann ich auch wieder die Brightness runter stellen ja so läuft doch alles so ja denn beim Craften ist dieser Shader äh etwas ungünstig wenn dauernd das ähm ja die Maus hinterher hängt hallo so so ich mache am besten einfach mal so viel wie ich Öfen bekomme das sind 8 dafür bräuchte ich dann boah erstmal wieder Musik leiser machen das geht gar nicht so ähm dafür bräuchte ich äh 40 Ironplates 12 12 habe ich schon so das müsste erstmal reichen oh yeah also 39 nein es reicht genau nicht ja Kopf rechnen und äh ja wie gesagt Rechnen ist mir abgestürzt und dann hatte ich äh um ehrlich zu sein auch keinen Bock mehr zu spielen deshalb habe ich einfach mal aufgehört mitten in der Folge und habe das von anders mal weiter gemacht es ist auch sehr schön immer war zwischendurch noch essen Pizza gab's boah was mache ich da du kommst da hin du kommst da hin so ähm 8 Stück gut das bedeutet wir brauchen jetzt aber komm können wir das schon mal machen tschu haben wir jetzt 2 Generatoren schon mal äh 10 Inget boah ich suche immer mein Eisen oh das war jetzt etwas 4 Eisen aber egal komm mach mal eben 32 Eisen zu 3 und und komm her ich möchte nicht verlieren den Rest an Eisen tun wir mal erstmal weg das brauchen wir nämlich im Moment nicht alles so komm wir haben hier noch einen super jetzt brauchen wir als nächstes Redstone das Deck wird wahrscheinlich reichen ich brauche nämlich 5 das sind ähm Zinn das sind 10 Zinn gut oder schlecht denn ja ich habe hier noch was schön hier unten lag auch noch was super äh ja ich brauche nämlich dafür ein bisschen Zinn was der Hammer ist schon wieder weg ok ja super ja muss ich wieder Eisen holen und ich bin noch nicht mal weit gekommen muss ich sagen das geht gar nicht so auf jeden Fall auf jeden Fall wir